Ich bin Jinder Mahal. Der sieht aber nicht glücklich aus. Ich bin der geile Jinder Mahal. Du hörst schon, wie beliebt der ist. Der ist richtig, der ist ein Arsch. Aber mit dem habe ich ein Foto zusammen gewartet. Du hast dein Foto bekommen, ne? Geil! Mit Jinder Mahal habe ich Scherestein Papier gespielt. Ist das dein Ding? Das war mein Ding. Der nimmt immer Schere. Von Jinder Mahal ist Scherestein. Der ist der Modern Day Maharaja, ja? Natürlich ist er das. So nennt er sich. Ja, klar. Das ist ein krasses Match. Warte mal, ich muss erstmal die Maus raus machen, sonst fuggert das alle. Wir machen mal die Szene überspringen, dann holen wir uns die nächste Entrance an. Weil die nächste Entrance von euch ist... Ja. Oh, da guckt Jinder aber schon mal. She... Amos! Seamus! Oh ja, stimmt. Das hörst du an dem Dunsack. Geil, da komm ich. Mit der rotierenden Axt, Junge. Ich hätte doch ihm in Finn Balor nehmen sollen. Oh! Jawoll, da ist er! Auf einmal steht er da! Guck, wie die Crowd auch abgeht, Alter! Das ist einfach ein weißer Wanderer. WWE Sheamus, Junge, bei Twitter. Ist das der White Walker, oder was? Nein, ist er nicht. Also, theoretisch haben sie technisch einen großen Sprung gemacht zum letzten WWE 2K. Also das ist halt schon wirklich eigentlich ein ganz geiles Spiel geworden. Aber die Online-Funktion ist schwierig. Wir spielen jetzt über PASIC miteinander. PASIC lokal. Weil wir online immer rausgeflogen sind. Das war schwierig. Jetzt nochmal die Crowd. Geil, Alter. Geil. Einfach krass. Mega, oder? Da hat mir das Szenen einfach rüber sprungen, Alter. Einfach. Oh, das gucken aber auch wieder. Oh! Der Boss kommt! Da, Leute! You're fired! Sagt der auch immer, you're fired? Ja. Das ist doch der Trumps Ding. Ey, die sind Best Buddies. Naja, okay. Wie läuft der bitte? Wieso hat der keinen Anzug an? Weil der so wrestelt. Der Einzige, der seinen Oberkörper nicht anzeigt. Äh, nicht zeigt. Aber die Arme sind trotzdem so. Ey, der Mann ist 70. Er will ja keinen Oberkörper mehr zeigen. Ober-Battle, Junge. Ich hoffe, wenn du mit 70 noch so aussiehst, wäre das nicht schlecht. Ja. Der hat aber Bock. Hey, das TLC Match. Ja. Perfekt. So, jetzt kommt unser letzter Konzernent. Jetzt kommt der Krasseste. Jetzt kommt Peter, der Wikinger. Boah, da guckt aber, oh, da guckt aber böse der Vince McMahon. Wer mich schlägt, wird gefeuert, Leute. Wer mich schlägt, wird gefeuert, Leute. Ich bin hier Ragnar Lothbrok. Lothbrok. Ja. Für den Ragnar Lothbrok, Junge. Ich dachte, die Wikinger hatten keine Gehörer an dir. Wie scheiße ist Mitte einfach nur Erik zu heißen? Ich bin Erik. Ja, aber der hieß doch, also Erik the Red gab's doch auch, oder? Erik und Ivar. Ja, aber der Name ist dann aber geiler. Erik the Red ist natürlich geiler als einfach nur Erik. Aber Peter, der hat keine großen Haare, die hätt' ja nicht nehmen können, weil... Die WWE, die hießen früher anders, ich weiß jetzt grad nicht mehr wie, aber... WWF? Nee, die hießen... Ich hab' keine Haare. Die Idee war es nicht mehr. Ich wurde nie gemacht. Vom Vorschau-Bitz. Ich wusste nicht, dass ich keine Haare hab'. Ey, die lieben ihn. Lieben dich. Ich raide euch alle und verwaltige eure Frauen. So sieht's aus. Okay. So, dieses wunderschöne Stück brauchen wir dem Money in the Bank-Koffer. Ja, das ist der Kontrakt drin, Junge. Ja, das ist der Kontrakt drin. Ja, das ist der Kontrakt drin. Oh, jetzt erst mal hier. Der hört die ganze Chosi hier. Ich will erst mal weg. Ja, ich schwir' mich auch erst mal in. So, kommt doch! Macht ihr erst mal da eure Menschen. Ja, hier. Oh, da hast du mir grade die Hose versucht auszuziehen. Oh, oh, der kommt schon wieder mit dem Tisch an. Ich bestücke euch nur mit Sachen. Ja, ich bin schon gut. Nein, Vince, tu's nicht! Das ist der Helikon, der Helikorle. Äh, wieder rein. Okay. Ist schön. Okay, das ist schon ganz schön hart gewesen. Lass mich mal kurz die Hose hinstellen. Wie kann man denn rennen? Ah ja, mit L. Nee. Warte mal, wo mach ich denn da? Mit linken Trigger. Ja! Gebt mir Power! Gebt mir Power, Fans! So, Moment. Was machst du denn? Okay. Okay, wenn ich mein Autogramm habe, ich stelle mich bereit dafür. Aua! Okay, der geht nicht. Der hat mich über den Stock geschlagen. Das ist doch gegen die Regeln. Ey! Nein! Was soll denn das jetzt? Ey! Der hat einen Stock hier geschlagen. Das ist unfair! Na, auf der auf dem Boden liegt. Alter, was soll das? Ihr wechselt, ihr wechselt den Charakter zum Anvisieren mit dem rechten Trigger reindrücken. Aha! Aua, Vince! Aua, der tollen Trigger. Ich schmeiße doch nicht immer die Leiter um. Hallo! Kannst du mich hier mal wenigstens eine Kombo ausführen lassen? Ey! Ich wollte zugucken! Doch! Aber ich habe das nicht gemacht. Was wollte ich gar nicht. Alter! Aua! So, hier, das ist nochmal jetzt. Was hat denn Sitz mit so einem Helikopter immer? Mach den, Alter! Ich bin benommen! Jinder Mahal ist so scheiße. Ey, wir lassen einfach Seamus jetzt den Koffer holen. Ich schwieg, feuer dich an Seamus. Guck mal, wie ich dich anhöre. Seamus! Ich muss ihn noch richtig... Du! Du schaffst es! Das ist alles nicht so sinnvoll. Ich weiß nicht, wie ich da hochlaufe. Jetzt schmeißt du doch die Leiter nicht wieder um. Hallo stehst du mal auf, ich chill die ganze Zeit da noch um. Wie nimmt man jetzt die Leiter in die Hand? LB. Na dann steh ich mich jetzt einfach hier oben drauf und feier das Publikum an. Hey was soll denn das? So jetzt aber. Du bist ein schlechter Chef. Du bist ein schlechter Chef. Nein. Wie läuft man die Leiter hoch? Ich weiß nicht. Mit LB oder nicht? Dann nehm ich die wieder in die Hand. Na okay. Na klar. Oh oh. Treppe. Wieso hab ich euch so bestückt mit Sachen? Das war eine ganz schlechte Idee von mir. Oh Gott jetzt ist doch der Christian am Start. Ich will Sachen auf. Aha guck mal hier. Dann wollen wir jetzt. Der hat mich erholt. Wie kannst du? Aua. Ey. Guck mal hier. Warte mal dann lass mich doch weg. Nicht in die Eier. Aua. Alter jetzt. Okay dann nicht. Aua. Scheiß auf den Stuhl. Ich will die Leiter. Nee so nicht. Nee. Geht mit ihr Bram. Raus. Okay. Warte. Lass dich nochmal her. Stopp. Nee das wollte ich. Jawohl. Jetzt ist meine Chance. Jetzt hör mal auf mit Sachen auf mich zu schlagen. Jetzt ist meine Chance. Aua. Oh Gott. Nein. Ich hab die Leiter rausgeschmissen. Bram so funktioniert das nicht. Ich hol die Leiter wieder. Hey. Aua. Könntest du mal. Weck raus. Nein. Oh Gott. Okay. Dann hab ich jetzt Zeit. Das ist okay. Bram hol mal die Leiter. Wir machen das jetzt. Ja ich bring sie wieder. Warte ich mal. Hier ist ja auch alles voll. Da hängt ja auch diese Treppe da. Die schieb ich mal kurz raus. Aua. Aua. Weg mit dir. Was soll das denn jetzt hier. Lass mich mal kurz. Nein. Jetzt lass mich mal. Geh nicht nicht. Nein. Wo räuchst du dich denn Junge. Weg mit dir. Leute Peter ist ausgewichen. Oh. Die Kombo. Das kann ich auch Peter. Jetzt kriegst du nen Hit ab. Da. Guck ich dir an. Fuck you. Doch. Aua. Christian. Geh weg. Geh nicht. Oh nein. Nein nein. Nicht auf Christian gehen. das hat mich nicht gerettet dass er wirklich verprügeln ich bin ich will die leute ist das nicht mit jenna mal christian ist der wikinger ich bin der wiklinger ich will sie leider nicht aus dem sack jungen so nicht bereit ich weiß nicht wie man die aufstellt lb die leider ist raus ich hole sie nein ich bin ich wieder benommen die kommen hier raus lb lb ok ich will die leider wieder da kommt ein signature move du stellst sie da ich mit nichts mit rechten schweger reinste hoch genau ja schon 300 sterne mädchen stehen wir hier nicht sicher leider auf den armen einmal da er klettert nicht vorne ich bin mit rb da hochgegangen was soll das jetzt ja peter machen wir den finisher wollte ich aber irgendwie macht er nichts mehr machte schon allein ist doch wieder draußen kurz gleich kann ich wieder gehen jetzt hier von oben auf nein jetzt greift doch nicht da drüben zu haben was haben wir denn hier alles noch ja so jetzt machen wir die leider jetzt machen die so oder rein jetzt her aber auch alles ab ein bisschen respekt vorm alter hier auch der blude guckt euch das mal an der blude wirklich was soll das jetzt warum denn nicht alter schiller mal ist ja voll der betrayer ich will nicht auf die gehen ja greifen kann ganz in den koffer holen ja aber ich bin ich kann nicht dran also eine stufe höher kann ich nicht gehen ich versuche da runter zu holen ich kann was passiert jetzt hier kann ich spiele wieso greift er das jetzt nicht so häufig tlc-matches gemacht er kann tiefschlag machen ich habe angst vor ihm ja da kriegt jetzt ein geladenen finisher ab der güte müsste weg nicht da hochgehen hallo doch mal hallo weg da ja da kann man ja mal nicht mehr macht das da oben und jetzt muss das achtmal machen nein nein also da ist jetzt schon einer gesafe für jeden von jetzt das müssen wir machen wieder aber machen wie komme ich da hoch der bg auf der anderen seite da hoch nicht aufbauen was soll das jetzt hier jetzt bau doch meine leitsicht doch da ist der brocke ich helfe die leute wiederholen ich bringe mit dem stück auf den draufhauen der boden ich bin schon von der marsch jungen habe ich ausgewickelt hat aber man kann auch ein bisschen anlauf nehmen ich bin schlechter finisher er hat hier ist wieder so ich muss das bringt aber nix ich habe ausgetappt das bringt nix bei tlc match ich habe nackenschmerzen ich bin so dumm diese leite auf sich das heißt sie gerne nase sehr gut komm ist damit man jetzt nicht will ich zu den kompensationen jedes mal darunter und satz der gesellschaft da will ich nicht hin was ist das denn da was sehe ich da gerade wie komme ich da nicht dran scheinbar ich komme da nicht dran weil er guckt doch in eine ganz andere richtung das stimmt wie hast du das geschickt einfach auf jemanden drauf du bist so weit oben peter ja okay bauen wir erstmal lieber ab lässt nichts mehr drin unten nein 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 ja bauen sie mal auf okay bauen sie mal auf guck mal der chef im ring wieder alter komm nein guck mal die sind aber alles fast noch voll ne bin ich gar nicht warte 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 heb die scheißleiter auf dankeschön ich glaube ich bin tot glaub ich nicht so smart gewesen wie ich dann aufgestellt hab ne ja was soll das denn jetzt ich bin schon wieder bin oben wie sollst du denn von da an der ding kommen ey was ja das war boom alter hier komm doch ey 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 die müssen wir hier nochmal umstellen die scheiße jetzt blut ich du arschloch was soll das denn jetzt ich kann ja nicht nur drehen nein wieso drehst du die das schon besser ok also jetzt jetzt was bram hat mein finisher abgewehrt die sackratte mal liegen ne ne na bleib mal liegen jetzt nein 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 schade ich bin leider raus ich guck mir das einfach jetzt länger an Peter hat so ein paar Probleme gerade mit der Leiter ganz jetzt die Leiter mache ich nicht im Stil das ist unmöglich da so pass auf ok machen wir mit X aber steht die da gut ja die steht bestimmt super oh sie geht beide hoch ok aber wir schlagen uns hier oben ich dachte mal kurzzeitig angriffspakt scheiße nicht angriffspakt christel du musst doch mal machen gegen den ja ich kann nicht oh ich bin wieder runtergegangen aber ich hab gedacht nee jawoll der wird 200 wieso geht der wieder runter na 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 Ok, dann war nicht schlecht. Aua, jetzt nur der mich. Ja, ja. Ich bin der Chef. Boah, alter Junge hat man durch den Ring gekickt. Fehler, nee, so geht das nicht. Aua. Hallo! Das ist mir nie gefallen. Geh, steh euch wieder auf. Mann, ich bin zu weit oben. Geh rüber da. Hallo. Hier, das will ich haben. Ach komm, alter. Hä? Ich hab auch gedrückt. Lass mich! Nicht auf mich! Nein! Oh, voll die Power begreifen. Was? Oh, der Kalas! Boom! Auf die Leiter! Ja, aber ich steh wieder auf! Boah! Boah! Ich kann nicht. Ich kann nicht das machen. Das System ist letztlich feiern, wer mal den Koffer sich weckt. Was? Da! Was tut er denn? Als ob! Ich hole mir den Contract! Und! Hey! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Ich hab den doch weggeschaut! In seiner eigenen Liga, Junge! Ja! Guck mal, der kämpft wie er bluten will! Nein! Ich wollte die Leiter umschieben! Wer hätt es gedacht! Ich hab das Gefühl, dein Auge ist da ein bisschen aufgeplatzt. Ja, alles Kunstblut. Das sind die Sachen, die man machen muss, um Chef zu werden. Ja, Glückwunsch! Schätzlichen Glückwunsch! Alter! Das ist nicht, wenn man auf Highlights geht! Oh, Leute! Oh, der war nice! Wem hat das jetzt wehgetan? Boah! Boah, stark! Alter, das sind nur Szenen von Vince McMahon jetzt, oder was? Das sieht so lustig aus! Das ist die beste Szene von allen! Das ist mega! What the fuck! Das war der Moment, wo ich wusste, ich muss mal in meinem Leben ändern! Ja, Junge, du wusstest, ich brauch den Contract! Das ist einfach unfassbar aus! Also, das ist auch die ganze... Ah, nee, ich dachte das schon. Das war... Vince macht gar nichts! Ich mach das Highlight! Das ist ein schöner Namefilm, das könnte ein neuer Kampfname sein. Vince macht gar nichts! Oh mein Gott! Jawohl! Also, Replay 3 ist schon 10 von 10! Da können wir auch drauf bleiben hier, wenn Jayme abmoderiert ist! Das war eine erste Folge WWE 2K22! Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen! Wenn ja, dann lasst ein Like da und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!